Weiter geht es mit der seltsamen Brigade, mit seltsamen Dingen und seltsamen Münzlis. Heute geht es zum Jenseits der letzten Mission. Die Kommunikation sind geschlossen. Unsere Heroin finden sich im astralen Pläne des Nachwuchs. Wirklich, das ist noch ihre dringendste Sprecher. Das ist ein Schalter, oder was? Ja, aber hier scheint es nichts anzusammeln zu geben, ob es angezeigt oder ob es noch nichts angezeigt wird. Oh, der ist jetzt einfach aktiviert schon. Und da drüben leuchtet etwas blaues? Das sind Kerzen. Was tut das? Es leuchtet blau. Oh, das scheint einfach nur der Endboss zu sein, oder was ist das? Oh, hier sind Münzlis. Oh, hier sind Münzlis. Oh, Münzlis. Achso, dann hat es hier vielleicht diese Tür geöffnet, Krott. Das kann sein. Ich muss erst mal diese Waffe wieder gewöhnen. Ich habe ja die ganze Zeit die Standardwaffe genutzt. Rene! Peng! Ja! Mehr Peng! Mehr Peng! Oh, ich liebe dieses Peng! Das ist ziemlich geil gemacht. Ich freue mich schon total auf die DLCs. Ich auch. Habe ich wirklich Bock drauf. Ich hoffe, es kommt bald ins Angebot. Ja, ich habe leider die Collectors Edition und nicht die Deluxe Edition. Deswegen habe ich den Season Pass nicht drin. So schade. Oh nein. Ah, das wollte ich gar nicht. Ach, Mist. Ist mir einfach so rausgeflutscht. Oh, oh, oh! Mit dir! Oh! Das war knapp! Das ist davor! Oh! Oh Gott! Oh Gott, bin ich schlecht. Ja, ich auch. Ziemlich. Ich habe bis jetzt nur einmal getroffen da. Das Metaillon. Und, äh, ich gar nicht. Oh! Der steht genau vor wie ich treffe den nicht. Ja, der ist um aufhören zu tanzen. Wo sind wir denn hier? Ah, jetzt. Endlich. Endlich. Einmal wenigstens. Zweimal endlich. Oh Gott. Das hat ihm gar nicht gefallen. Ähm, ich kann ihn stunnen, wenn einer von uns hinter ihm ist. Ah, shit. Oh, they don't know where you went there. Okay, ich stun ihn mal kurz. Oh, das hat ihm nicht so gefallen. So, Vorsicht, Vorsicht. Alter! Oh Gott. Hat nicht gerecht. Äh, ne, ne. Ich war so selbst Munition, hab ich das gestimmt. Hier. Diese Truhe der Dinge. Hier bin ich. Großer, böser Ochse. Mit großen, bösen Rumschwert. Schäpesch genannt. Boah, das gibt's doch nicht, Alter. Ich treffe gar nichts. Das ist ja so nett. Was ist das? Warte, ich stell mich wieder oben auf die Treppe. Wenn er mich anspringt, dann kannst du ihn treffen, hoffentlich. Ah, einen hab ich. So schön. Jetzt hier oben. Es gibt's doch nicht. Meine Skills sind heute so richtig unskel. Ich hab ihn kurz nicht gesehen. Ich will nicht mehr dieses Spiel spielen. Ich treffe nicht. Oh, ist bei uns. Ah, ich hab ihn. Ja. Ist ja... Muss ja auch irgendwann mal. Die anderen Gegner hast du ja immer erledigt. Die sowas... Also solche Gegner. Irgendwann muss ich ja auch mal treffen. Okay. Einmal. Ähm, guck her. Wenn ich dir ins Gesicht schießen kann. Ohhhh. Jetzt kannst du mich gläßen. Das war echt gläßen. Das hast du gut gemacht, wenn du's hast. Das hast du gut gemacht, wenn du's hast. Ich geh mal hier runter. Du hast ein riesengroßes Loch und ich will mein Finger reinstecken. Oh, what tempting trinkets lie within. Das hat sich falsch gemacht. Das hat sich falsch gemacht. Hier unten gibt's ne Spezialwaffenkiste. Ist doch dabei willkommen. Hä? Für Spezialwaffenmenschen. Now you've a big gun. Was ist das? Ist das ein Granatwerfer? Also unentscheidend. Ich hab einen Granatwerfer bekommen. Wie geil. Entschuldigung. Ich will auch einen Granatwerfer. Granatos. Ultimos. Granatos. Erst noch mal ein Schlückchen Kaffee. Für den geschundenen Hals. Jetzt komm ich. Ich trau die gleiche Waffe, die ich sie eh schon gegeben habe. Eine Pistole. Ein Gewehr. Gewehr. Achso, ich hab gar nicht geschaut. Gibt es hier überhaupt Kanoppenkrüge oder so? Wenn du auf Options drehst, siehst du ja schon, dass da nichts ist. Gar nichts. Ich bin voll mit beidem. Wenn du brauchst. Oh, was läuft. Ja, ich nehm. Grenade. 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 Voll zu kurz. Geil. Ja, das kommt davon. Wenn man Leuten wie mir Granaten gibt. Ich werf die 5 Meter weit. Oh, das war cool. Das hat mir gefallen. Schön drauf geschossen. Schön drauf geschossen. Schön drauf geschossen. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Oh, du bist ein bisschen überbord da. Oh, ich will gar nicht drauf treten. Und da hinten kann ich drauf schießen. Ah, ne. Ah, okay. Man hätte sich für eins entscheiden müssen. Moment, sind das jetzt vielleicht zwei unterschiedliche Bosskämpfe dann? Ich habe jetzt auf Skarabeos geschossen. Oh, dann guck mal nochmal. Vielleicht muss man das nochmal machen und auf, äh... Ra... Ne. Was? Horus. Horus, der Falke? Horus ist Falke. Normalerweise habe ich keine Probleme damit, aber heute fällt mir das nicht ein. Was? Was? Da leuchtet wieder das Skarabeos da oben. Und diesmal sind auch Federn dabei im Moment. Vielleicht ist das so ein Code und man kann sich den Bosskampf zusammensetzen. Das wäre cool. Das wäre dann tatsächlich Wiederspiel wert. Oh, hier ist Munition. Das habe ich gesucht. Oh, fern das süßere Beutel. Ehh... So, ich steig mal hier. Oh ja, das schaltet hin und her. Ja, und jetzt muss ich dich entscheiden. Also Skarabeos habe ich eben genommen, jetzt. Keine Ahnung. Entweder musst du dreimal dasselbe nehmen oder so, oder du musst dir den Bosskampf irgendwie zusammensetzen. Keine Ahnung. Entscheide du. Ah, Moment! Hier, steht es drauf! Okay, alle Theorien übernaufwerfen. Oh, stimmt. Da hätte ich gleich einfach das so hinzu. Ach, schade. Da hab ich jetzt noch viel erwartet und nichts mehr. Ja, hallo, der Marge! Oh, dumm! Dumm! Final Dumm! Dumm, dumm! Dumm müsste ich auch mal spielen. Ja, ich liebe Dumm. Oh, Dumm, so schön. Dumm, ich liebe Dumm, 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 Dumm! Ich bin schon auf das DLC. Dumm! Geht das eigentlich? Gibt es da irgendwas im Multiplayer? Ne. Achso ja, aber halt nur Deathmatch und so'n Scheiß. Oh, warte mal, dann geh ich mal hier rüber. Ne, da hinten ist was zum Aufschießen. Da... Das ist schlau. Da muss noch was sein. Ja, jetzt ist nämlich hier ein blauer... So, ich seh nix. Wohin? Wohin genau schießen? Das kann ein bisschen versteckt sein. Über dir! Achso, da, ich seh's. Oh, da ist's, da ist's. Ja, mit 20 Schuss. Und jetzt ist dann noch eins angegangen. Ah, da drüben. Ja. Und jetzt ist hier noch eins. Hinter dir. Ah ja. Wunderbar. Cool. Münze! Meine Münze! Meine Münze! Meine Münze! War gar nicht mal so viel. Es sah verdammt viel aus, aber es waren nicht so viel. 500 Münze. Nein. Was ist das hier? Ah, das ist ne Tausender-Truhe. Ist die eigentlich besser? Weiß ich gar nicht. So. Da. Haha. Zehn Münze. Zehn. So, was müssen wir machen? Achso. Erstmal den hier wieder anfassen. Da oben in der Mitte könnte man was anschießen. Sieht so aus. Hallo! Oh, vielleicht können wir von hier auch schon sehen. Hier die, äh, das glaub ich auch ne Trophäe. Was ist das denn? Mach! Grobadiel! Gott, ja ne. Grobadiel, Nashorn. Ne, wie heißt das Ding? Losfährt. Brut! Ich hab jetzt mal einen Special Move gemacht. Äh, in die Kamera laufen. Und ich hab' das. Schnell mich mal hier hinter die Säule, aber das bringt nicht so viel. Oh! Das wollte ich jetzt nicht sehen, aber... Wie mir das gemächt ins Gesicht gehalten wird... Oh, wieder die Kugeln. Vorsicht! Äh, ich muss das jetzt mal checken, was ich hier machen muss. Kann man draufballern? Ja. Das ist gut. Das kann ich. Ähm... Hier leuchtet was, aber das seh' ich nicht. Äh, als irgendwie... Okay, dann wird's ich aber wieder auf. Das ist doch was. Aua! Uh... Reloading! Oh, Alter, man kann auf die Augen schieben. Das mag der gar nicht. Hier oben leuchtet sowas in dem Maul. Ich weiß nicht, was das zu mir drin hat. Ich auch nicht. Ich kann auch nicht reinschießen. Äh! Zeigt ein Gemächt! Jemand anders! Ja, nimm ne Granate dafür. Oh, geil. Der hab' ich auch voll weit geworfen. Wieder mal. Kein Interesse. Nein, kein Interesse hab ich gesagt. Meine Falsche, Alter. Ah ja, diese Kugeln werden wenigstens von dem... von den Säulen aufgehalten. Das ist ganz gut. Oh, das war ein guter Treffer. Ja, das war ein guter Treffer. Gut, ja, jetzt geht's los. Oh, Alter. Wir haben es wütend gemacht. Ich muss mir grad Bamboni holen. Also, die Bomben hier. Ja, ich hab' ja auch. Oh, jetzt! Die Augen leuchten! Oh! Wohohohohoho! Meine Armee ist nicht genug. Geh' deine Frau. Geh' deine Frau. Ja, geil! Ja, bestrafe es! Peitsch es aus! Ich peitsche jetzt auch erstmal ein bisschen. Geh' in den Weg des Todes. Ich schätze mal, dass da ist ein Toter... Totes Gesicht. Oder es könnte auch ein Samurai sein. Was weiß ich. Ein ergieblicher Samurai. So, ich bin mit beiden voll, wenn du brauchst. Oh, nö, ich bin wohl voll. Ah, hier sind sowieso zwei Stück. Oh, da! Seelenkäfig! Oh, zwei, 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 zwei. Ah! Ah, ja. Uh, gemacht, ich hab'n. Ich geh' scheiße, ich hab'n. Schreien. Also, eigentlich war das nicht der Plan. Ich hab' keine Ahnung, was ich hier mache. Ich mach' einfach irgendwas. Man hat mir gesagt, ich soll hierher kommen und irgendwas tun und... ... Mal hat die so'n Hass auf mich! Ja, immer die. Nein! Oh, die zerstört auch die Säulen! Wir müssen uns beeilen, glaub' ich. Ich nehm schon mal einen Trank und heb mal einen auf. Ich hoffe, ich mache eine Möglichkeit, links und rechts auszureichen. Bis zum nächsten Mal. Oh, lass mich gerade. Oh, da. oh oh wow 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 gunning buster gunning buster gunning buster ney 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 alf buzzer 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 meets him buzzer relación im Leben hat. Ich habe mich schon gefragt, was liegt denn da? Das leuchtet so, er hat ein Dynamit. Ich wollte schon einsammeln. Meine Güte! Nein, nein, nein! Ach, die hat tatsächlich noch Leben. Mann, die ist nicht so geil. Du kannst deine Fähigkeit auffüllen. Da kommt ja der Seelensauger. Jetzt kommt der Knüller, das habe ich bisher nicht gewusst, dass man R2 drücken muss. Oh, ja. Oh, schon. Cool, cool, cool. Ich habe mich schon mal geblieben. Ja, Moment, hier oben ist noch eine Kiste. Founders Keepers, ey! Ich bekomme gar keine Comics mehr. Ich will doch ein paar Comics haben. Komm, Max. Oh mein Gott, du bist so dumm. Ist ja nicht so, als ob ich es dir schon mal gesagt hätte oder so. Alles gut. Du hast ja gesagt, du hast das sowieso nicht so eingesetzt. Okay. Wenn man erstmal weiß, was man machen muss, dann geht das ganz schnell. ... Ich würde sagen, das ist so schnell. Dieses war schon ein bisschen schnell. ... ... ... ... ... So ein bisschen... Ah, schon wieder... Seelenkäfige Okay, der eine ist down Ah, hier ist Sand an der Seite, der dich runtertreibt... Ah, ne... Ich glaube, ich höre ein Bosse immer so komische Arenen aufbauen... Das weiß ich auch nicht... Alter, das weiß ich auch nicht... Waren das deine Blitze? Nein, nein... War so schön... Cool... Ich hab voll die Taktik... Aber die Taktik ist jetzt nicht... Und das geile ist, hierbei bringt mir meinen Granatwerfer auch voll viel... Die da oben so in der Luft rumfliegt... Jeder weiß, dass Granatwerfer am besten gegen fliegende Gegner wirken... Oh, cool... Guck mal, ob meine Taktik stimmt... Oh... Und macht Bombs... Ja, noch was sie da macht... Oh, hier noch weg... Weg, weg, weg... Oh... Scheiße, aber Feuerfeld... Ja... Sie ist gestunnt... Noch einen Treffer... Komm schon... Ja... Ja... Ich muss mir jetzt eine Position holen... Dann kann ich wieder schießen... Ja... Position, Mann... Jetzt wo du weißt... Jetzt wo du weißt... Ich weiß... Einmal nett... Sau... Oh Gott... So ein Moment, wo man liegt aus dem Lichter... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Hm... No... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Nein... Ich weiß nicht... Das ist aber cool... Ich weiß nicht... Ach meine Fresse ey... Du kommst so gar nichts, wenn die dich schlagen... Du triffst aber nichts mehr... Nein... Meine Fresse... Du kommst doch ihm raus... Doch... Oh, heavens! Ja, so ist es unkonstierend, Scheiße. Ja, steckst dir die in die Nase! So, jetzt. Zum Glück hab ich die Trophäe auch bekommen. Oh, die anderen kommen auch endlich! Wir wurden aufgeholt von Tee und Gepäck! Und ein Kasten aus dem Stimmen kam! Vollverreckt! Vollverreckt! Und ein Kasten aus dem Kasten von Tierra del Fuego. Oh, keine Ahnung! Oh, nein, meh! I still can't look at a bacon butty after that one! Speaking of which... I've worked up quite an appetite. Who's hungry? And so we leave our heroic chums to their richly deserved repast. Bringing this rollicking good yarn to an end. For now... Join us next time for yet more terrifically terrifying tales ... ... and sensationally exciting stories of... ... ... the strange brigade! The purple mama! Oh, das war's schon. Und... Jo, ja, irgendwie acht, neun gehört... So ein bisschen zusammen eigentlich, aber hm, naja. Ja... Da seht ihr das Rebellion Management, das ich nicht abbrechen kann, oder nicht beschleunigen kann, oder? doch ich kann es abbrechen mit kreis könnten die mission neu starten die musik muss ich natürlich für die andere ausrüsten sonst habe ich die gleich dabei irgendwie 110.000 dann habe ich das auch jetzt habe ich noch 9000 also 100.000 noch ungefähr ich hoffe es hat euch gefallen falls ja ihr wisst was zu tun ist drücken dinge und sagen schreiben und ihr könnt auch euren computer anschreiben das hilft mir aber nicht ich wünsche euch einen schönen tag wir sehen uns wieder in den dlcs oder in den zusätzlichen modi vielleicht bis dann